Hallo, mein Name ist Kevin Roll, bin 17 Jahre alt, bin Torwart. Meine bisherigen Vereine waren, ich bin schon seit 10 Jahren hier. Meine persönlichen Ziele sind mittlerweile Aufstieg in die Bundesliga, um mich in der ersten Mannschaft zu etablieren, für übernächste Saison. Und mit der Mannschaft sind auch Ziel Aufstieg in die Bundesliga.